Woran wird nicht mehr geglaubt? Und woran glaubt man heute? Ich bin in Berlin und höre mich mal um. Ich glaube nicht mehr an einen Gott, der den einzelnen Menschen in seinem Leben beeinflusst, indem er hier eine Strafe durch einen Unfall oder Krankheit schickt und da Glück und anderes, sondern ich glaube, dass Gott uns die Kraft gibt, mit Leid zu leben. Ich glaube nicht mehr daran, dass andere Menschen mehr wissen als ich. Woran ich nicht mehr glaube? An den Weihnachtsmann. Ich habe gerade mit meinen Patenkindern drüber gesprochen, deshalb ist es das Erste, was mir einfällt, die jetzt in das Alter kommen, wo sie lernen, Weihnachtsmann und Osterhase gibt es nicht mehr, es sind die Eltern, die die Geschenke bringen. Ich glaube vielleicht nicht mehr daran, dass vielleicht dieses Jahr noch der ganzen Welt Frieden gibt. Ich glaube nicht mehr an den schlafenden Gott. Ich glaube nicht mehr daran, dass ich alles alleine in der Hand hätte und selber beeinflussen könnte, wie die großen Linien meines Lebens sind. Ich glaube nicht mehr daran, dass unser Gott uns nach Konfessionen unterscheidet. Ich habe mein Glauben an die große heile Welt schon vor einiger Zeit verloren, was aber auch gut ist, weil es so das eine Perfekte ja gar nicht geben kann und es auch immer wieder gut tut, zu realisieren, dass das, was für mich gut ist, für andere vielleicht gar nicht gut ist. Ich glaube, dass die Welt geschaffen wurde von einem Schöpfer. Ich glaube an Gott, ich glaube an Gemeinschaft und ich glaube an die Gesellschaft in Deutschland im Allgemeinen. Heute glaube ich daran, wenn wir beide uns jetzt unterhalten und einfach gemeinsam uns austauschen, dann ist Gott hier in der Mitte. Denn wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich glaube heute, dass Jesus Christus uns gezeigt hat, wie Gott ist und dass da tatsächlich bei diesem Leben der Tod nicht das letzte Wort hatte. So schwer es manchmal auch fällt, glaube ich daran, dass es Nächstenliebe gibt und dass Menschen zueinander stehen und füreinander eintreten. Ich glaube heute, dass es eine der Aufgaben des Kirchentages bleibt, Gegensätze abzubauen, Brücken zu bauen, Solidarität zu zeigen. Ich glaube eigentlich an einen sehr barmherzigen Gott. Mein Gottesbild ist nicht so, dass es sich gar nicht verändern würde, sondern manchmal habe ich tatsächlich noch diesen Vatergott im Blick, der in meiner Kindheit sehr prägend war. Aber ich kann Gott auch als Geistkraft sehen, die die Welt bewegt, als Freundin, mit der du dich unterhalten kannst im Gespräch, im Gebet oder vielleicht tatsächlich als die tröstende Mutter, als die Jesaja Gott beschreibt. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich nicht in die Belange der Menschen einmischt. Ich glaube an den sehr toleranten Gott, dem es nicht darauf ankommt, an wen wir glauben oder wie wir glauben, sondern dass wir uns einsetzen für andere Leute. Mein Gottesbild ist sehr stark von meinen Großeltern geprägt. Mein Großvater war lutherischer Pfarrer. Und meine Großmutter hat mir als kleines Kind versucht zu erklären, was Gott bedeutet, indem sie sagte, das ist wie die schönste warme Kuscheldecke, die du hast, in die du dich einkuschelst und die dich warm hält, auch wenn du mal traurig bist oder wenn du Angst hast und die immer da ist. Und das ist das Bild, was ich mir von Gott bis heute erhalten habe. Ich glaube, es gibt nicht mehrere Götter, die irgendwie in zueinander Konkurrenz stehen, sondern es gibt eben nur einen Gott. Für mich ist Gott das große Darum. Und wie ich das denn konkretisiere, ist für jeden oder für mich auch von Moment zu Moment anders. Ich glaube eben an den Gott so, wie er in der Bibel ist, also als Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Und das ist für mich ganz wichtig, der Glauben. Und ohne meinen Glauben würde ich hier nicht mehr stehen und nicht mehr leben. Für mich ist Gott auf jeden Fall eine unfassbare Größe, die ich nicht in ein definiertes Gottesbild fassen kann, weil sich das auch immer wieder verändert durch Erfahrungen, die ich mache. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es einen guten, gnädigen Gott gibt, der oder die es gut mit uns meint. Einen liebenden Gott. Einen Gott, der mit offenen Armen immer dasteht, ob man Fehler macht, ob man gerade sich richtig verhält. Aber er steht da mit offenen Armen und empfängt uns. Immer wieder. Aber ich habe eine große Zuversicht, dass da jemand ist, der mich hält, der mich trägt, auch in schwieriger Zeit. Und ich glaube fest an ihn und ich hoffe, dass ich den Glauben in der letzten Stunde nicht verlieren werde.